An Infos, an Informationen zum Impfen kam eigentlich niemand vorbei in den letzten Monaten. Das stimmt, Kritiker sprechen hier allerdings auch von Propaganda statt Information, vielleicht wäre Werbung neutraler. Allerdings fehlte es manchmal an Gelegenheit, vor allem auch an der einfachen Gelegenheit, am Spielplatz, Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz. Bei der Stelle kam ich nun wirklich ins Grübeln und ich dachte, ich habe mich verhört, ich habe sie mehrfach angehört und jetzt beim Schneiden extra nochmal zielgerichtet gesucht. Es fehlt an Möglichkeiten zum Impfen am Spielplatz. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Unglaublich in meinen Augen, auch wenn Kinder vielleicht hier nicht gemein sind, aber man geht mal kurz raus mit dem Kind spielen und soll dann nebenher noch schnell geimpft werden. Herr Spahn, erstaunlich. Wo auch immer am Marktplatz sich Menschen begegnen, in der Fußgängerzone oder eben auch beim Einkaufen die einfache Gelegenheit zu schaffen, sich impfen zu lassen. Das klingt für mich eher nach Drückerkolonne als nach einer ausgewogenen medizinischen Entscheidung, wo ein normales Beratungsgespräch stattfindet und wo die Leute auch dahingehend beraten werden, was die Risiken und Nebenwirkungen sind und wie es mit ihrer persönlichen Krankheitsgeschichte zusammenpasst. Wieder erstaunlich. Ich möchte...